Der Bus ist mitten im Schirm, äh, von Schirm auf dem Feld. Ja, hammergeil, wir haben übrigens, äh, den, äh, als wir, als ich gestern das erste Mal wieder gespielt habe und das Bild bei Facebook gepostet habe, als die mit der roten, äh, Kutsche, lol, auf uns wird gesnippert. Wie, echt? Ja, ich hab eben, eben ist ein Schuss eingeschlagen. Fahr, fahr, fahr! Sniper für die ganze Zeit auf uns. Los, fahr! Fahr, Mike! Ja. Oh mein Gott. Scheiße! Alter! Oh oh. Fahr! Ja! Ja. Wenn die Karte nicht fährt... Lolololololol! Loll, fahr einfach! Wir müssen erstmal weg hier! So das heißt, wir müssen auch erweiter, äh, vielleicht machen wir so ein Zelem 22 lorsqu' organizations. Ein 2 Leute gehen raus und der Rest sichern erstmal den LKM hier Czyli. Ham wir noch einen, haben wir noch einen Reifen hinten drinnen? Ja, wir haben hier gehört. Ich mein... Doch. Ja? Also auf dem Dings sollte einer... Ich glaube hier... Der Sniper hat schon hier! Wir zeugten nicht mal. Nee, also gerade hab ich auch nichts gehört. Dann ist das ein Wachsagen, ne? Doch, wir werden die ganze Zeit bescheuert. Aber von wo? Ja, ich meine, wir müssen uns ja verfolgen die ganze Zeit. Die Hunde geht vom Auto kaputt, also die... LOL, wo sitzt der denn, dass der uns die ganze Zeit beschießen kann? Hätten uns eben noch einmal getroffen, wahrscheinlich lag der dann irgendwie mittel in der Stadt oder sowas. Ja, das... Ich hatte das schon einmal... LOL! LOL! Ja genau! LOL! Was war das denn? Der... Der ist eben durchs Haus gefahren? Ja, ja... Aber geil! Mike, du fährst aber schon noch? Jetzt... Jetzt steht's bei mir. Jetzt fängt der LKB wieder voll. Ach, scheiße. Alter, ich hab eben ne riesen Schrecke gekriegt. Okay, halt einfach mal den Supermarkt mal gleich an, ne? Ich steh schon vom Supermarkt. Was? Ja, das ist natürlich gut. Nee, das wirst du gerade nicht, aber okay. Das ist an der Stelle. Mike, dann fahr jetzt mal noch ein bisschen. Da musst du mal warten, bis wir wieder da sind. Ja, ich bin gerade auf den Ecke zusammen, glaube ich. Ja... Ich hab ja alle nicht. Ich fand, glaub ich, ich bin gelbe Ping. Ja, ich hab auch gelbe. Dann sterbe. Aber wir haben alle gute Ping und das muss echt an dem Faden liegen. Das liegt auch an dem Faden, weil der Server nicht so schnell nachher kommt. Dafür sind wir nicht ausgelastet. Boah. Das hätte ich wirklich besser, wir würden den überall hier irgendwo im Wald verstecken, dann einfach zu Fuß laufen. Aber das ist... Boah. Das ist aber so weiter Weg. Das geht. Aus dem Mist, ich fange es dann in der Entfassung zu werden, viel größer. Das kommt drauf an. Wenn das Auto einmal richtig auf den Motor getroffen wird, explodiert sind wir alle gleichzeitig tot. Echt? Ich hab noch nie ein Auto explodiert... also ein Fahrzeug explodiert sehen. Muss ich mal nicht sagen. Ich bin gegen... Äh... LOL. Okay. Also ich bin... Ja. Hat man lieber an. Bam. Und dann springe ich schnell raus und gehe kurz in Supermarket. Wir werden immer noch besniped. Fahr, 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 fahr. Wir werden besniped. Wir werden besniped. Eben ist ein Schuss eingeschlagen neben mir. Also hier. Hier ist ein Zelt im Supermarkt. Ähm. Mike, Mike, bleib... Mike, bleib mal in Bewegung. Wir sind in der Fahrt raus. Wir sind in der Fahrt raus. Mike, fährst du? Ja, ich höre die Schüsse, ich höre die Schüsse, ja. Mike, fährst du? Alter, unsere Frontscheibe ist schon... ... klar geschossen worden. Die GV ist... Die ist überquert. Also ist jetzt bloß einer im Supermarkt, ja? Also ich... Oh, jetzt hab ich auch... Ähm. Ich will ja niemandem was, äh... ...was hier unterstellen. Aber ich hab's auch schon erlebt, dass, äh... ...sich Leute hinter einem Herd hinbeutieren. Einfach... Ja, ist auch so richtig. Jetzt jeder hat ein Lächeln vor dem Sitz. Ich hab ja... Ich bin echt scheiße. Ey, wie... wie geht denn das? Entweder sind das hier ein paar mehr Sniper, oder... ...das ist wirklich ein Hacker. Das glaub ich nicht. Ja, denk ich. Also ehrlich, ich... Wie gesagt, ich will keinmal's vorstellen, aber... ... es ist unwahrscheinlich, dass er aus... ... uns aus Elektro... ... noch scheuten kann, bis hierher, und uns immer noch trifft. Müssen wir mal fragen, ob hier irgendjemand ist, der hackt. Scheiße. Mike, fahr weiter! Mike, fahr, fahr, fahr! Ja, ich hab doch was zu schauen. Ich blute, ich blute! Geh weg! Geh weg, du Zombie! Stirb! Ich schaue gerade, was irgendwer wieder was... ... irgendwie bestimmte Sachen gemacht hat. Da ist... ... kannst du ja alles nachverfolgen im Chat. Also im Chat, ähm... ... den Spieler-Log, was äh... Boah! Viel zu aufregend! Für die erste Aufnahme! Ja, aber ist natürlich klar, ne... ... wenn ein paar Leute... ... ein paar mehr... Obwohl wir eigentlich gar nicht so viele sind... Obwohl doch, wir sind ja doch ein paar mehr! Ja. Wenn du ein bisschen im Kreis lächst, dann kann... ... wenn der sich dann hinter das Feld teleportiert... ... dann müsste der ja irgendwie vor uns spawnen oder hinter uns. Äh... ... der fahrt ein Leinig gerade. Mike. Achso, ja. Müssen wir mal essen sammeln und trinken? Also wer ist... Also Teufel du... Er muss hinter uns sein! Echt, echt, echt... Ey, das war... LOL, LOL! Das war... Die Schüsse... Die Schüsse sind... Die... Die Schüsse sind total... LOL! Fahr, Mike, fahr! Ich hab die Schüsse. Mike, fahr einfach rein! Alter, alter Scheiße! Es ist doch gehackt, oder? Ja, es ist... Nein! Der 107 muss nicht gehackt sein, aber... ... dass einer auch so trifft... ... wie der Schieß schon! LOL! Ist aber ziemlich nah, ja? Wenn man die... Wenn man das abschießt und so hört... Ich wollt grad sagen! Der ist... Der ist total nah! Ja, aber diese... ... diese affordable Rate, um was alle... ... diese Reichweite von... ... von den Geräuschen ist schon extrem laut, wenn wir das einfach machen. Und was machen wir jetzt? Ja, nicht... Nicht so laut! Nicht so weit! Ich fahr kurz weg! Ich fahr kurz weg! Der ist nicht so weit, wie der zweite von der Waffe... Äh... Teuber, du bist der... Teuber, du bist am Supermarkt? Jo! Das sind nur noch verschiedene Waffen! Das sind nur noch verschiedene Waffen, wenn du mal hörst! Das sind alles verschiedene Snipers! Und was machen wir jetzt? Und was machen wir jetzt? Wir brauchen die Munition, Alter! Als 50m im Magazin hat sich das auch so! Leute, ich kann erst mal euch mal fahren! Also... Soll ich fahren? Ich weiß nicht! Dann streng ich mich wieder aus! Ich höre mich jetzt aus! Ich gehe gleich mal alle vom Server aus! Außer euch! Und dann schauen wir mal nach! Also ich fahr jetzt, ne? Ja, fahr ruhig! Äh, Mike, du bist grad bei mir... Achso, du bist bei mir weg, ja! Ich hab mich jetzt ausgelockt! So, Stevie? Ist einer von euch? Nein! Naja! Sgt. Pazzi? Sgt. Pazzi? Ja, ist gut so! Sgt. Pazzi ist auch keiner von euch, ne? Gut! Kamil auch nicht? Das weiß ich ja! Toivo, LP, Rilekso und Marvel, LP, das sind hier! Jut! Ja, ja, fein! Hey, Marvel 0701, sorry! Ja, ich... Finde das schluss! Boah! Ich hab jetzt auch voll Angst, hier wieder raus zu gehen! Wir wissen es auch nicht vom Sniperschuss! Okay, was ist denn Kamil der Sniperschuss? Oder die Schüsse? Was im Wald? Aber der war wirklich ziemlich nah! Das war krass! So, ich mach jetzt mal ganz kurz, Server zu, dass keiner mit rauf kann! Nur ganz kurz! Wir sind gerade hier noch raus zu gucken! Aber ich seh hier auf jemanden! Aber wahrscheinlich steht der gleich irgendwo hinter mir so! Wer weiß! Wer sitzt denn jetzt noch bei mir im Auto? Äh, ich? Also, vielleicht nicht so! Äh, wo habt ihr euch auf? Also, ich bin drei Fahrer, komm ich kurz zu 6! Krass! Ja, wir fahren jetzt gerade wieder zurück zum Zugmann! Wer ist das? Psycho! Äh, toll! Wo sollen wir dich mitnehmen? Dann? Ja, natürlich! Natürlich! Ich bin jetzt hier... Äh, hier war so ein Essen, trinkst mir da nicht! Und sonst nicht viel! Wie viel Essen? Wo genau seid ihr? Wie viel... Wir sind auf Weg gefahren wieder so! Klar, wir sind gerade mit Kurven fahrt! Wir fahren jetzt wieder nach Seelenhausen! So, dann war... Warte noch! Könnt ihr gar nicht! Ich hab ja gesagt, Server wäre aufgemacht! Das könnte jetzt, dass wir alles bohren! Achso! Geil! Jetzt ist nur unser Team so auf hier! Oh Mann! So, ich lauf jetzt kurz zu euch, ne? Sag Bescheid, wann ich anhalten soll, ne? Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht! Also... Es wird immer noch ein Sniper! Ja! Ja! Also ich... Also ich möchte jetzt hier ungern stehen bleiben! Wir haben im Supermarkt ein kleines Stückchen weggelaufen in die Richtung, wo wir weiter wollen! Das müsste Psycho-Gut sein! Weil das war... Er ist raus! Ja, jetzt werden wir bestimmt nicht mehr wissen! Das ist ein Sniper! Ich höre euch! Ja, was seid ihr? Ich sehe euch! Warte noch mal hin! Loll! Loll! Steck ich ein! Alter! Okay! Wartet! Ihr könnt... So, ihr zahlen noch mal hinten am Wald! Irgendwann noch mal ein Sniper! Nein! War als ob wir das nicht austesten! Dann gehen unsere Ecke noch mehr an! Warte doch mal! Ach stimmt! Wir müssen ja Maik noch mitnehmen! Ach Mist! Boah! Super! Wenn wir einfach rückwärts fahren könnten! Den Weg zurück! Ist ja praktisch! Jaja! Irgendwo am Straßenrand müsst ihr unter der Busch liegen dann! Mit der M4A1! Ja! So! Okay, wir wenden gerade! Gucken wir mal, dass wir wieder zurückkommen! Ja! Ja! Also die ganzen Leute kommen schon wieder drauf! Ja, absolut! Ganz kriegig! Aber der hat... Das ist nicht normal, weil mich der geschossen hat! Allein schon was der für ein Ding hat! Der hat mit drei Schützen unsere Mutter fast geschottet! Aber... Wie ist es denn jetzt? Ist es sehr gefährlich für uns mit dem Wagen weiter zu fahren? Oder geht es nicht? Wir werden schon wieder besniped! Was ist denn das? Nein! Hey Mann! Du bist das, ne? Lolololol! Du bist der mit der... Keine Sonne! Also? Ja, ich sitz hier gerade neben dem Fabi! Also? Das ist aber... Warum habe ich eine schwarze Uniform? Da bist du gerade! Leute, ich stehe auf dem Straßenrand! Seht ihr hier? Ein bisschen random! Guck so! Das ist ein LKW raus! Ja, der Typ kommt! Kann man hier so... Ich finde man bräuchten... Ich möchte hier so ne kleine... So ein kleines Sichtfenster, was wir mal gucken können! Mike, sag wenn du drin bist! Was die da bei... Warte! Jetzt! 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 Er ist irgendwie einfach nur noch 45 Online sind! Echt? Nur wir 5 sind da? Ja... Claro! Kann aber auch ein Hacker sein, dass ich irgendwie wieder... Weil man hier das sich sieht oder was... Da ist jemand, der heißt Unown! Jetzt! Eingeloggt! Oh... , okay! Aber der ist noch nicht im Spiel! Der ist schon raus! Ja, ich habe... ja, ich hab' gekickt! Also... Also ich fahre jetzt hier mal... Ja, die하다 voll viele gerade im server. Nein, wir sind... Jetzt, jetzt sehen Leute! Und dann players... Was?! Also bei mir... Also ich sehe auch nur uns.. Is today... Das ist die Liste, das ist die Haltliste, wie viel jeder Schloch ist. Ja, du musst P-trust. Das sind die Plätze. Ey, wir werden... Was? Ich will dich anhalten. Der bestießt uns immer noch. Ja, wir müssten mal sehen, von wem wir getötet werden. Wer ist denn? Wadi 1503. Wer ist das? Ja, stimmt. Jemand müsste sich umbringen lassen. Dann müssten wir sehen, wenn es jetzt schon wieder so unten anbauen. Ja, der hat einen übelst hohen Score. Dann soll ich da weg. Das ist doch Wadi. Ah, das ist alles hier sehr komisch. Fabi, park dir einfach mal dahinter irgendwo im Wald. Oder es gibt snipende Zombies. Ne, ich glaub noch nicht. Ich hab das Gefühl, unser Reifen vorne rechts ist ein bisschen kaputt, kann das sein? Der sieht ein bisschen aus, als wenn er im Boden schon ein bisschen will. Ja, der ist auch ein bisschen im Boden. Also ich halt jetzt hier an, ne? Hier schon? Okay. Ja, das ist besser. Versuch mal hier, da im Wald reinzufahren, so ein bisschen geschützt zu lassen. Einmal so scheiß auf den Moral, die wir überleben, hier mit Wacht. Oh, fuck. Jetzt bin ich schon rausgesprungen. Ist egal. So, ich Motor aus, Fabi. Engine off. Und wir sollten sofort alle in Bewegung bleiben. Ach, sonst savent ihn am besten, ne? Ne, nicht sehen, nicht sehen. Nicht? Oh, okay. Ne, oder hat schon einer. Ne. Gut, dann nicht machen, weil... Wenn ich dann heute Nacht den Server restarte... Ähm... Das ist doch aufregend! Ist doch aufregend! Okay. So, wer ist jetzt... wer führt uns jetzt hier? Ich lauf gerade so mit der Axt vor. Ist egal, wenn ich sterbe. Leute, ne? Zum Airfield geht's in die Richtung. Ja, ja. Wohin? Achso, dann lauft ihr mal vor, lieber. Ja, nein, nein. Ich hab ja kein... Obwohl, warte mal, Map kurz einmal... Ach, da sind wir ja. Ne, in die Richtung hier etwa. Ja, doch. Also ihr müsst jetzt sofort sagen, wenn ihr den Sniper hört, ne? Ja. Ey, wir werden... Ja. Ja, wir haben auch was gehört. Wir rennen lieber. Sechs Kilometer in die Richtung hier. Ich hab mich voll verloren. Ey, ich hab voll Schiss finden hier dessen. Soll, C2? Ja, ihr leckt voll weggepackt. Ja, ihr leckt grad... ihr hängt grad alle bei mir. Ich stehe nur noch. Ihr müsst ein bisschen nach rechts laufen, dann seid ihr bei mir quasi. Ne, ich... Ich lege mich nicht rein. Ihr lauft voll... Ihr lauft voll auf die Lichtung hier. Also ich bin voll auf der Lichtung. Du bist gar nicht auf der Lichtung. Ich seh... Du stehst und die anderen stehen auch gerade. Ja, ja, bei mir auch. Also ich... ich... Ich hab mich jetzt mal kurz in den Baum gelegt. Ich muss mal kurz... Warte mal kurz. Echt? Ja, okay, mach ich auch. Jo, wer läuft da rum, C2? Läuft auf der Stelle. Lol, echt? Ja, bei mir auch. Ja, bei mir ist, äh... Den Stoiwurferstelle. Echt? Ich bin aber... Wo seid ihr denn genau? Ich bin jetzt hier auf der Fre... Irgendwo unter einer Tanne. LOL. Doch, LOL. Das war ein Lecker. Da haben wir einen Lecker doch. Er wollte nämlich schon alles umändern. Was hat er denn gemacht? Er wollte versuchen, das ganze Spiel zu verändern. Also, die Serverdaten zu verändern. Hast du ihn gekickt? Ne, das macht mein Battle Eye automatisch. Hast du ihn auch gebannt? Also, kann er nicht wiederkommen? Ne... Ne... Links Richtung Airfield. Bei mir ist schon wieder... Ja, wir sind verloren. Ja, wir sind verloren. Ja, ja. Leute, ihr wart... Wo lauft ihr denn lang? Ich seh euch da, 130 Meter. Wer... Wer ist denn jetzt hier bei mir? Markus bei mir und wer bist du? Ja, Alex. Ähm, Mike und... Ich lauf gerade voll... Ich lauf gerade mit der Axt auf euch zu. Mike und... Ja, Leute, ich hab euch verloren. Mike... Toll, wo bist denn du? Wir sind beim... Wir sind beim... Ja, genau, jetzt bin ich. Hier, da bin ich doch. Okay, Mike. Mike, wo bist du? Ja, ich... Ich war schon weit nach vorne gelaufen, wo wir halt hin müssen. Ich hab euch voll verpeilt. Ich finde euch nicht. Ja, wo bist du denn gerade? Wie der Sniper aussehen muss. Wir rennen jetzt ja alle irgendwie wild. Ja, wir... Wir sagen... Wir sagen einfach, wie ich schön fange. Genau. Du musst. Mike, wo bist du denn? Ja. Ich... Ich hock immer noch im Ural. Du hockst im Ural? Ja, im Ural. Farnisches Homgrenne. Lol, wir... Ich bin gerade am Ural direkt. Ach, da weiter. Ja, okay. Ich bin da euch. Okay. Was machen wir jetzt? Teto, wo bist du? Mike, renn mal vor. Teto ist bei mir. Wieso ich? Ja, ich... Du warst eben vor mir, vor allem warst du weg. Hat jemand ne Karte offen? Soll ich? Ich hab... Ich weiß wo... Er fehlt es hier lang. Jaja, aber ich kann... Ich hab's markiert. Ich müsste ständig Schnitte machen, wenn ich die Karte verschiebe. Ach so. Und ich hab als TS noch offen, deswegen seh ich nur die halbe Karte. Ja, dann kommt doch... Oder ihr kommt einfach mal mit, so... Ihr verfolgt mich einfach... Ich hab's mir als Ziel gesetzt. Lauf... Lauft mal... Lauft mal ein bisschen auseinander, das war... Jo. Ich lauf mal ein bisschen im Zickzack. Wollen wir die Kuh da vorne töten oder nicht? Ne, hab ja keine Zeit für wahrscheinlich. Ne. Müsst ihr wissen. Ey, das kann doch nicht sein. Wo hockt der denn? Hallo, der hat uns... Der hat uns bis da, wo wir eben waren. Was auch immer das für ein Ort ist. Ja. Ja, der Ort ford Seelenogors. Klar wurde mir das schon angeschossen. Der Schommote, der ist unsichtbar. Ja. Loll. Kann auch sein. Das macht einen voll... Das macht einen voll nervös. Ich hör die Geräusche aber komischerweise irgendwie glaube ich bei euch im... In euren Headsets quasi, wenn die im Teamspeak dann wieder... Weil es so laut ist quasi gesendet werden. Aber ich hör die nicht im Spiel bei mir.